Musik Also ich glaube zunächst freut einen das einfach, weil das hat man ja nicht auf der Agenda, es kommt halt plötzlich und ich glaube ich weiß das erst seit 14 Tagen drei Wochen. Nein, das finde ich einfach ganz schön, weil es einfach eine Wertschätzung ist und eine Wertschätzung, die nimmt man natürlich gerne an und gibt das auch weiter und überlegt sich natürlich, naja, was können wir in der Zukunft noch machen. Ich sage mal, es ist eine große Ehre, ich freue mich über die Anerkennung und ich meine, es ist ein schöner Abend, es gibt leckeres zu essen, ich habe Freunde mit eingeladen, also von daher ist das eigentlich alles sehr, viel mehr braucht man nicht. Naja, natürlich ist das eine ganz große Ehrung, für mich persönlich auch, so empfinde ich das auch, aber in erster Linie sicherlich für das Projekt und so ein Preis ist einfach was, womit man gut angeben kann. Musik 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 Ich glaube, Düsseldorf ist sehr kontaktfreudig und weltoffen und liberal und das hat uns immer hier sehr interessiert. Ich habe mir sehr gut gefallen und deshalb fühlen wir uns hier auch zu Hause. Musik 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 Musik